Interessante Dinge über Chris Hemsworth. Marvel! Erklär! Als Kind wurde er entweder Kip oder Hemsie genannt. Chris Evans nennt ihn sogar Hemi. Chris hat mit Schauspiel angefangen, um seine Familie finanziell unterstützen zu können. 2009 wurde Chris fast für Gambit in X-Men Origins Wolverine gecastet worden. 2019 hat Chris seine eigene Fitness-App gelauncht, die sich Centra nennt. Und darin findet ihr Fitnesspläne und Ernährungspläne. Und ich nutze sie mittlerweile seit. Fasten ihm ja auch. In einem Interview erzählte er mal, dass Mark Ruffalo ihn am ehesten am Set zum Lachen bringt. Vor allem, weil Mark sich seine Lines nicht merken kann. Chris hat über die Jahre mehrfach Mjölnirs vom Set mitgenommen und besitzt fünf Stück zu Hause. Mit 14 hatte er seinen ersten Job und hat Milchpumpen gesäubert. Seine erste große Hollywood-Rolle war als Captain Kirks Vater in Star Trek 2009. Chris hat in der australischen Version von Dancing with the Stars mitgemacht. Chris hat zwei Brüder, die ebenfalls Schauspieler sind.